Okay. Das ist schön, dass wir da noch was geschafft haben. Der ist ganz schön weit oben. Ja, hier ist sowieso alles abgehakt jetzt schon. Gut, ähm... Eis. Und wir möchten... genau, wir möchten hier hoch. Naja, möchten... ist man auch so dahingestellt. Ach. Na komm. Tja, ich hab mir das schon gedacht, dass der anfängt damit. So. Ich hätte mich auch eigentlich wieder teleportieren lassen können, ne? Aber gut. Was ist da eigentlich mit der Spitze da? Die sieht so gefährlich aus. Kommt man dagegen, dann ist man tot oder was? Ach, guck mal, da ist auch noch so ein Ding. Ich versteh nicht so ganz, wofür die brauchen, aber ich mach jetzt grad mal ein kleines Bäuchchen. So, und da bin ich wieder. Vielleicht hat sich hier in der Höhle was getan. Nö. Ich versteh die immer noch nicht so ganz, warum die existiert. So. Was tust du? Ach, komm. So. Und wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, die rasten ein. Und die müssen wohl alle einrasten. Einrasten. Toll. Toll. Man kann das wohl auch wieder rückgängig machen mit dem einrasten, wenn man da oben diesen Kreis trifft. Ich vergesse immer wieder x zu drücken oder irgendeine Tasse. Mir ist grad ein bisschen kalt. Ich weiß nicht warum, Heizung ist an, Tür ist zu, Vorhang ist zu. Eigentlich sollte es mir nicht kalt sein, aber gut. Ah, deswegen hatte ich auch... Okay. Deswegen hatte ich auch das Kostüm nicht an. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Nee. Ich bin faul. Ähm. Da war eigentlich noch unser Schweine-Näschen-Schlüssel. Ja, da unten. Ach, guck mal, ich hab drei davon. Ob ich die denn alle her... Hm. Gut, ähm... Federer, da. Weil ich möchtest, es ist... Ich hasse diesen Wald. Das ist echt nicht schön. Teleportier ich mich lieber, als dass ich da wieder hinlaufe. Eieiei. Da. Ja, gehen wir doch auf lieber Nummer sicher. Auf lieber Nummer sicher. Liebe auf Nummer sicher. Kann man nicht verarschen, den Typen, ne? Oh, was ist passiert? Fast schon. So. Ah, da oben ist die Kiste. Oh, Alter. Musik. Was ist das? Mahlzeit erhalten. So. Müssen wir noch den anderen machen hier. Moment. Ja, doch. Das ist so dumm. Ja, schonlar. Ah. Ah. Okay, aber jetzt können wir mal hier oben diese eine Dings betreten. Heller Pils! Was macht der helle Pils? Heller Pils. Okay, ist er jetzt noch da, bitte? Ja! Den kann man für immer benutzen, das ist ja... Geil! Gut, dann dürften die mich jetzt eigentlich nicht mehr abfacken. So. Du Schwein da oben, du... Das ist mir jetzt scheißegal, dass du da bist, das ist natürlich... Es ist natürlich dumm, dass ich mich dann jedes Mal wieder umziehen muss. Aber besser, als dass ich dann hier nicht weiterkomme, ne? So, wo waren wir denn jetzt? So. Das haben wir nach unten gedrückt. Ist auch eingerastet. Das ist auch eingerastet. Ich glaub, das sind die einzigen beiden, die hier sind. Das heißt... Hier lang. So. Kann ich die beim letzten Mal nicht einrasten lassen? Das kann natürlich sein, aber... Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Weiße Kiste kann ich eh noch nicht öffnen. So. So, was mit dem... So, und diese... diese... Kartoffel... Dings... Diese Kartoffel... Larve oder... Whatever that is... That is... Die muss unten auf das Blatt fallen und dann können wir die erst aufheben. Da war doch eben noch eine blaue Kiste. Oder nicht? Da. Ich versuch das jetzt nochmal. Da. Ja. Besunde Mahlzeit erhalten. Hm. Ja, wir verfolgen jetzt mal... Mr. Raupe hier. Du willst doch jetzt darüber, oder? Ja, wunderschön. Und jetzt auch nach rechts, ne? Schön weiter. Dann gehen wir dann gleich den ganzen Weg nochmal zurück. Um dann zu gucken... Ob sich dieses Schieberätsel... Da richtig gemacht hat. Diese Musik, sie ist einfach kaputt. Da. Das ist da unten. Können wir dich jetzt aufheben? Ja. Ja. Oh! Ah! Das sieht nicht richtig aus, aber okay. Aber was macht jetzt dieser Käfer in der Höhle? Also, beziehungsweise Raupe. Es ist ja eine Raupe eigentlich. Es hat sogar Augenbrauen. Und sie mag mich. Ja, jetzt geht sie wieder. Moment! Kann ich hier Kartoffeln hinlegen? Kartoffel, 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 Kartoffel. Nee. Ich verstehe... Was will dieses Ding von mir? Ich verstehe es nicht.